Flexi, lass sofort Wancy Adams Geheimniss-Hörnern. AAAAAAAAHHHHHHH Das geht ja. Was war das, Freunde? Ich hab doch gesagt, mach nicht raus. Mach es auf keinen Fall aus. Wir müssen's aber öffnen. Hier steht's noch Wancy Adams Geheimniss-Hörnern. AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH Mach zu, mach zu! Schau mal rein, ich hab nur Neueron Blau. Wir wollten erst was pink, jetzt ist es blau. Lass mal ein Fettel-Abo da, dann wird alles rot. Lasst jetzt einen Daumen da und schreibt BOPP in die Kommentare. Hier ist Wancy Adams Geheimniss-Hörnern Flexi. Die Box von Wednesday Adams persönlich, Mann, von Shadow Tick. Hör auf jetzt, lass es jetzt, lass es bitte zuhören. Wir öffnen es noch einmal. Herzlich willkommen bei WasWir. In der letzten Folge haben wir diese Box gefunden, wo Wednesday Adams ihr Geheimnis angeblich drin ist. Das steht zumindest so drauf, Flexi. Das hat die letzte Folge, da hat Wednesday Adams diese Box verloren. Und wir haben sie uns geschnarren. Da haben wir sie nämlich mit der Drohne auf einem Drachenspielplatz gefunden. Da sind wir ganz nah ran geflogen. Da hat sie sich so erschrocken, dass sie den Film einfach weggeschwissen hat. Söhrt ihr, was da drin ist, Mann? Ich will gar nicht wissen, was da drin ist, Mann. Das ist Wednesday Adams Geheimnis, ihre Box. Und wie seht es, Mann? Ja, das ist egal. Impossible- für irgendwie irgendwas entflammbares, gefährliches, nur was. Es ist was gefährliches. Deshalb schreibt jetzt alle mal Box in die Kommentare. und lasst abonnen da, weil Rebecca will uns auch abonniert haben. Gemeinsam mit euch werden wir heute diese Box öffnen, denn ich hab richtig Lust herauszufinden, was Wednesday Addams ihr Geheimnis ist, Flexi. Ihr Geheimnis, Mann, das muss überkrass sein, weil wir wissen es selber nicht und ihr wisst es auch nicht, aber ich will es heute mit Cammin und euch herausfinden. Die Frage ist, Flexi, warum schmeißt sie ihr eigenes Geheimnis weg, Mann, ist doch doof, wenn sie ein Geheimnis hat, behält man das doch und schmeißt es nicht weg, dass es andere kennen, oder was? Weil wir sie doch mit der Drohne überwacht haben in der letzten Folge von was wir, falls ihr die nicht gesehen habt, hier oben ist sie. Wir überwachen XOXO mit der Drohne. Alter, das war viel zu heftig, aber ich würde sagen, lasst uns direkt mal hier reingucken und keine Zeit verschwenden, darauf habt ihr nämlich gewartet, Freunde, oder? Ich bin auch gespannt, es ist Wednesday Addams Geheimnis. Okay, Leute, seid bereit. Gebt einen Daumen nach oben, wenn wir jetzt diese Box öffnen, so. Ich öffne sie jetzt, okay? Bist du dir sicher? Alter. Hört ihr das? Gibt's leise. Hört mal. Kommt das aus der Box? Ja. Warte, warte, oder aus deinem Kopf? Nee. Es kommt da raus, es kommt da raus. Irgendwas raus, Flexi, man. Hört doch aus der... Alter, ist es krass. Ja, was soll das sein? So einen Ton habe ich noch nie gehört. Alter, wir machen das jetzt sofort. Nein, 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 warte, warte. Diesen Ton habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Das war ja kein Klingelton. Das war irgendwas ganz komisch. Kein Klingelton? Ich meinte auch nicht irgendeinen Alarm. Das ist so... Lass den Fett ein Like. Wir öffnen die Box in drei, zwei, eins. Wow, 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 wow. Seht ihr das? Alter, Flexi. Dick, da ist Party drin. Da geht's richtig ab, Mann. Da geht's richtig ab. Ich will nicht. Was ist da? Alter. Oh. Ein Handy? Nein, dann kamen diese Geräusche von dem Handy. Ohne diese Töne. Geht ab, Alter. Aber was machst du? Die kenne ich gar nicht. Die checkst auch nicht, Mann. Ist ein Pin. Welchen Pin soll ich denn eingeben, Flexi? Ich brauche hier einen Code. Wednesday Addams. Hier, nein. Die 666, Mann. Hier steht... Stimmt, hier. Die 666666. Aber es geht nicht. Verdammt, es geht nicht. Dafür steht es noch hier extra drauf. Nein, es geht nicht. Meinst du hier Code-Nummer, gell? Zehn-Nummer. Oder warte mal, warte mal. Wednesday ist doch ein Name. Ja. Aber ist auch ein Tag, nämlich Mittwoch. Wisst ihr alle? Mittwoch, Wednesday, Wednesday, Mittwoch. Vielleicht gibt es da einen Zahlencode daraus. Eins ist Montag, Dienstag ist zwei. Das heißt, drei ist Mittwoch. Drei ist Mittwoch. Alter. Dieser Ton wieder. Hier ruft jemand an. Wir werden lang gerufen, Mann. Die Nummer 3. Soll ich rangehen oder nicht? Wednesday, Mittwoch? Nein, Mann. Ich mach weg. Ist mir viel zu gruselig. Ist mir viel zu gruselig. Das ist ihr Geheimnis. Das heißt, es kann jeder sein. Weißt du was? Ab da rein und verstecken. Weg, 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 oder? Wieso? Jetzt wirst du gerade erspannen. Nein, Flexi, Mann. Auch ihr wollt doch wissen, was passiert. Ich hab da... Warte, warte, stopp. Es ist ein anderer Ton. Es ist ein anderer Ton. Davor war es was anderes. Ihr wisst es. Schreibt es in die Kommentare, Mann. Wenn ich da wieder reingepackt habe, Mann. Ich hab's ja wieder reingepackt. Irgendwas ist darin passiert. Das ist verbraucht. Jemand beobachtet uns. Du packst das Handy wieder rein. Und sofort ruft wieder... Jemand an. Und aufgehört. Weißt du was? Wir öffnen das wieder. Alter. Es geht wieder weiter. Der andere Klingelton. Junge, 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 Flexi. Wer ruft denn da die ganze Zeit an, Mann? Wir müssen jetzt ran. Geht, Freunde. Okay? Ich mach's auf. Wie ist es... Nein. Oh. Warum ist das jetzt rot, Flexi? Ich weiß es nicht. Rot gleich gefährlich. Ich hol's raus. Es ist danger. Ich hol's raus. Es ist gefährlich, Mann. Lass jetzt noch mal einen Daumen hoch und schreib's in die Kommentare. Oh, wer ruft da an? Das eiskälte Händchen, Alter. Die Hand von Wednesday. Soll wir ran, dann? Soll wir ran, dann? Warte, mit der Hand haben wir nie telefoniert. Egal, wir gehen ran. Egal, wir gehen ran. Eiskalte Händchen. Und ihr seht's, die Typen. Oh, Mann. Hallo? Hallo? Was hält ihr von uns? Mann, das ist das eiskalte Händchen. Das ist ein Fink. Was ist denn? Rede doch. Das kann ja nicht reden, Mann. Das kann ja nicht reden. Ich seh nur ne Hand. Es ist nur ne Hand. Oh Gott. Es ist real. Es ist ja alles real. Der Anruf ist da, Freunde. Ja, warte mal. Schau mal, die Türe. Alter. Das ist unsere Eingangstüre im Hauptquartier. Das ist bei uns im Hauptquartier. Flex sie, Mann. Das bedeutet... Das bedeutet... Nein, 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 warte. Das bedeutet... Du bist hier, hey. Bist du hier, Ting? Die kann doch nicht antworten. Wahrscheinlich kann es nicht mal hören. Es ist nur ne Hand. Das eiskalte Händchen von Wednesday. Oh mein Gott, Mann. Kommt mit, Freunde. Kommt mit, was ist es, was ist denn? Freunde, wo ist eiskalte Händchen? Hier ist nichts. Hier ist nichts. Da war die Tür. Das ist abgehauen, Freunde. Das ist die Tür. Mach mal das Licht, dann auf geht's. Die war hier doch. Die muss hier irgendwo sein, Freunde, Mann. Aber wo ist das eiskalte Händchen? Die Hand ist nicht da. Schau was wir und die Hand gehört dir. 100 Jahre Garantie. Aber hier ist die Hand nicht, Mann. Aber die hat doch telefoniert von hier. Das Handy ist vielleicht entsperrt. Gehen wir zurück und gucken nach. Gehen wir zurück, Mann. Ich bin mal gespannt, ob das Handy entsperrt ist. Aber ich komme nicht rein flexig. Wednesday, ey, dem Schuftal. Und dann wieder leider Klingelton. Es gibt so nicht, Mann. Neuer Sound. Es ist nicht das Händchen, das eiskalte, sondern... Wednesday. Man, Leute, gebt jetzt doch mal einen Daumen nach oben und schreibt Box in die Kommentare. Box, lasst mal wunderbar. Aboniert die Kanal, der Red Backup-Wing hat's auch gemacht. Weißt du was? Ich hab weggedrückt. Ich hab einfach weggedrückt. Ich hab sie eiskalt weggedrückt. Eiskalt ist... Hallo, 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 hallo. Mit meinem eiskalten Händchen hab ich sie weggedrückt, Mann. Eiskalt ist... Es ist sinnvoll, wirklich Wednesday-Adams wegzudrücken, wenn wir hier Wednesdays Geheimnis haben. Und du drückst Wednesday einfach weg, drückst sie weg und legst die Hände hier wieder... Nein, ich hab's dir gesagt. Du darfst nicht wegdrücken. Du darfst nicht wegdrücken. Moment, ich seh's nicht. Seht ihr's? Es ist... Ah! Ich hab gesagt, warum drückst du weg? Wir müssen irgendwann rangehen, sonst ruft sie die ganze Nacht an. Ich geh ran, ich geh ran. Hallo? Alter, die tanzieren... Dance, 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 dance. Das bedeutet, es ist die Originale Wednesday-Adams mit ihrem Song, mit ihrem Tanz. Und immer, wenn der Song kommt, passiert was Schlimmes. Pass auf, wir fragen sie jetzt, was sie will. Wednesday-Adams, was willst du von uns? Okay, krass, Freunde, sie macht die ganze Zeit den Dance, Dance, Dance with your hands, hands, hands. Nein, sie ruft an, hat aber nichts zu sagen, aber schüttet uns ein und macht uns Angst. Ich habe jetzt was zu sagen. Wednesday, wir haben dein Geheimnis. Yes. Hallo? Hä? Ganz komisch, ihr redet gar nicht mehr auf einmal, was ist hier los? Wednesday! Was hackt ihr denn alle auf Cosimo rum, Mann? Hashtag Cosimo, wir stehen hinter dir, Stuttgart. Wer weiß, wo Halsschlag ist, der weiß, wo Halsschlag ist, Cosimo. Du bist der netteste Typ, den ich je kennengelernt habe, Cosimo. Alle hacken auf den Rum, lass es mal sein jetzt, ohne Spaß. Wednesday, magst du Cosimo? Die hat aufgelegt. Okay, krass. Die hat aufgelegt, bei dem Stichwort Cosimo hat sie aufgelegt. Weder ja noch nein. Aber wieso hat die uns sowieso überhaupt angerufen? Vielleicht mag sie Cosimo nicht, Mann. Und vielleicht müssen wir Cosimo hier ins Hauptpanzer holen. Und dann mit Cosimo zusammen kämpfen gegen Wednesday, NLFs. Aber warum hat sie angerufen? Weiß ich nicht, Mann. Weck dem Geheimnis wahrscheinlich. Sie hat ja uns angerufen. Nicht wie sie, sondern sie hat uns angerufen. Ich leg das Handy wieder hier rein. Vielleicht passiert dann wieder irgendwas. Aber das ist ihr Geheimnis. Ihr seid verschickt? Irgendwie, wenn wir langsam komisch, Mann, ey. Ah! Verwandelt sich das Handy in ein Licht? In ein Licht? Das Handy verwandelt sich einfach in ein Licht. Zeig mal, zeig mal. Willst du mich veräppeln? Ihr habt es gesehen. Wir haben kein Schiff gebracht. Was ist das, Fleximo? Aber was ist denn? Mir reicht dieses Geheimnis. Warte, warte, warte. Ey, warte, warte, warte mal. Erstens ruft uns das eiskalte Händchen an. Dann ruft uns Wednesday an. Wir haben diese Box. Box in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben. Das ist ihr Geheimnis. Aber das Geheimnis ist... Die verarscht uns doch. Sie hat es mit Absicht da liegen lassen, dass wir es finden. Was? Das ist eine magische Box. Wir finden uns diese Box. Wir haben es doch gesehen, Mann. Wir hauen das Handy rein. Dann ruft das eiskalte Händchen an. Die Farbe ist blau. Dann hauen wir es rein. Die Farbe wird pink. Dann hauen wir es rein. Die Farbe wird lila-blau. Krass. Dann hauen wir es rein. Dann das Handy verwandelt sich einfach... Das hat irgendeine Bedeutung, warte. Das hat irgendeine Bedeutung. Wenn ihr die Bedeutung wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare. Aber es muss irgendeine Bedeutung haben. Wednesday Adams. Es ist Wednesday Adams. Ach, Fleximo. Und das um 3 Uhr. Guck mal. Das gibt es doch nicht. Das ist leer. Das Handy ist weg. Und das Geheimnis ist leer. Das kann doch nicht sein. Ich muss auch nicht hören. Warte, da muss doch noch was sein, oder? Nein, nein, nein. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hilfe, Keine Ahnung. Was geht das? Keine Ahnung. Weg siehe. Weg siehe. Keine Ahnung. Du hast alles gesehen, Freunde. Erstmal einen fetten Like da. Bitte, Lasse. Aber sei ganz ehrlich, Dixi. Die Box war noch leer. Wie kann es sein, dass die Box jetzt auf einmal jetzt gefüllt ist mit dem eiskalten Händchen? Wir haben das Handy rein, da kann man liegen. Jetzt haben wir das Handy wieder rein. Jetzt kommt da was raus. Was ist hier ab? Ich weiß es nicht, Mann. Du hast die Hand weggeschmissen. Das bedeutet, sie ist immer noch hier. Was heißt, sie hat uns gerade angegriffen. Wir müssen... Alter, Blacksy. Wo ist sie? Du hast da was. Sie hat sich angegriffen und verletzt. Du blutest. Ja, aber wir müssen das Händchen suchen. Okay, Leute, kommt nicht. Wo ist das Händchen? Mann, wo ist das eiskalte Händchen hin? Wo hast du es hingeschmissen, Mann? Ich habe eine richtig krasse Idee. Mit der Drohne. Wir gehen erstmal in den Bucke. Ja, komm mit schnell, Kalman. Kalman, schnell. Komm, komm, komm. Alle rein, alle rein, alle rein. Flexi, Mann, es ist viel zu gefährlich, doch mit dem eiskalten Händchen, Alter. Diese Hand ist auch so rein, Mann. Die kann überall sein. Und wisst ihr was? Mal fliegen wir. Weißt du was? Alter, Mann, Flexi, Mann, wir sind hier im Treppenhaus. Kalman, du musst vorsichtig fliegen. In der Bude ist es noch enger, Mann. In der Wohnung geht es nicht. Aber wie schlau ist es? Achtung, Achtung, Achtung. Hier ist die Küche, Mann. Aber wir sind hier auf jeden Fall sicher. Das bedeutet, wir können hier jetzt unser Hauptquartier durchsuchen mit der Drohne. Ich schau mal hier unter dem Tisch auf den Boden. Und wir suchen nicht Wednesday heute, sondern das eiskalte Händchen. Fink. Deshalb lass jetzt nochmal ein Like da. Aufpassen, Mann. Das ist deine Jacke. Ein Stuhl mit der Jacke. Oh mein Gott. Schreib doch mal Box in die Kommentare. Alter, fliegen wir ins Wohnzimmer, oder? Guck mal. Das ist unser Hauptquartier. Ich bin unter der Decke. Ihr seht das. Genau da hat uns Fink, also das eiskalte Händchen eingegreifen. Und da ist sie. Auf der Lampe. Auf der blauen Lampe. Da hätten wir sie nie gefunden. Ich fliege mehr, oder? Die ist hier über uns. Die wäre über uns. Ja, ja, ja. Alter, das ist es. Das eiskalte Händchen steht auf der Lampe. Oh mein Gott. Wie die einfach dasteht. Was? In Angriffsmodus. Wie ein eiskalte Händchen. Sie beobachtet uns. Alter Flexi, Mann. Als würde sie uns hier angreifen. Ich gehe näher. Bist du sicher? Ja, so, oder? Aber die Hand merkt doch, dass du mit der Drohne... Oh mein Gott, sie ist auf der Drohne. Oh nein, 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 nein. Leute, die Drohne ist abgestürzt. Sie hat die Drohne abgedrückt. Schlebt, komm, auf geht's. Oh mein Gott, unsere Drohne. Oh mein Gott, da ist die Drohne, Freunde. Hoffentlich ist sie noch ganz. Oh mein Gott. Sie ist noch ganz, Freunde. Und ihr seht es, hier sind wir, hier ist die Drohne. Was wird mit der Kamera los, ey? Keine Ahnung, Leute, aber es funktioniert noch. Es ist noch unsere Drohne. Aber hey, das eiskalte Händchen hat die Drohne genau hier angegriffen. Ich kum nur, ob sie startet. Ja, Lucky. Ja, Lucky. Okay, sie funktioniert noch, Flexi. Sie funktioniert noch. Perfekt, alles gut. Sie hat sie nicht kaputt gemacht, Tobi. Wensley Adams, Mann. Leute, Mann, was ein Glück, Leute, was ein Glück. Und das ist ihr Geheimnis, Mann. Wensley Adams, Mann. Aber wo ist jetzt das Hand? Wo ist das eiskalte Händchen? Wo ist diese? Die hat uns angegriffen, Mann. Wo ist sie? Wo? Ahaha! Wensley Adams, du bist so nice. Wensley Adams, du bist super heiß, super niss. Schalt, got my hair. Wensley Adams, du bist so nice. Wensley Adams, du bist super heiß, super niss. Schalt, got my hair.